Hallo und herzlich willkommen. Unreal Engine Fortnite Kreativ 2.0 oder so kannst du es auch nennen. Wann ist das verfügbar? Jetzt, Leute. Genau ab jetzt. Ich habe gerade schon ein Video gemacht und da habe ich gesagt, ey, ich weiß noch nicht, ab wann es verfügbar ist und genau in dem Moment kam es. Also es ist ab jetzt verfügbar. Ihr könnt jetzt loslegen. Und der eine oder andere fragt sich jetzt natürlich, ja, okay, und wo? Und wie lege ich jetzt los? Wie kann ich da jetzt anfangen? Was kann ich da jetzt machen? Zeige ich euch. Einfach hier auf die Internetseite. Also zwei Sachen, die nochmal wichtig sind zu wissen. Ich gehe jetzt einfach auf den Store bei Epic auf die Seite. Da klickst du einfach drauf und dann siehst du hier auf der rechten Seite holen. Also du kannst es gratis runterladen und dann hast du das Ganze als Add-on, den Editor für Fortnite am Start. Und dann kannst du auch loslegen. Also richtig wilde Nummer. Wer das kann, Hut ab. Ich kann es nicht. Aber ihr könnt es dann bestimmt und dann sieht es auch geil aus und dann funktioniert das auch. Aber was ist wichtig zu wissen? Nur Windows. Also falls ihr jetzt mit einer Playstation oder Xbox sozusagen in den Startlöchern seid, Nee, kannst du vergessen. Nur Windows kannst du da runterladen und dann kannst du da loslegen. Hier unten kannst du noch so ein bisschen sehen, was du überhaupt brauchst. Also was sind deine Voraussetzungen sozusagen, um das Ganze zu nutzen. Kann man sich mal anschauen. Ich verlinke euch das alles. Dann braucht ihr das nicht raussuchen. Aber hier bekommt ihr es und ihr bekommt es gratis. Und dann könnt ihr auch loslegen. Hier habt ihr auch nochmal die Information. UEFN einrichten und starten. Dann habt ihr nochmal so ein bisschen, ich sag mal so ein Leitfahren. 1, 2, 3, 4, 5 bis runter zur 5. Da steht dann Spieltest und Veröffentlichung. Damit ihr das Ganze auch online sozusagen für alle zur Verfügung stellen könnt. Also sehr, sehr coole Geschichte. Finde ich sehr spannend. Ich wünsche euch einfach viel Spaß damit. Ich bin auf eure Maps gespannt. Wenn ihr was Cooles habt, haut es gerne mal irgendwie ins Kommentarfeld. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber wird richtig, richtig cool. Also in diesem Sinne, Leute, viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Bis dann und ciao. Bis dann.